Wir fließen durch die Bögen, nahe Augen an die Wand. Your Style My Choice, Ausgabe am grünen Donnerstag, 1. April 2021. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dreckschwein, das habe ich noch nicht erlebt. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Als besonderen Gast bei Your Style My Choice begrüße ich DJ Matula. Ich habe ja was vor, worauf ich mich freue, also habe ich nichts zu bereuen. Rek dich einfach mal, streck dich, vielleicht magst du auch aufstehen. Viele tolle Preise erwarten euch wieder. Und als Hauptpreis gibt es diesmal diese Original-Autogramm-Karte von Rudolf Scharpin. Hey! Wir haben natürlich jede Menge Spiele mit euch vor. Mensch, ärger dich nicht spielen vielleicht? Oder fang den Hut? Sonst haben wir auch noch ein paar Sachen vor, aber... Das wird hier noch nicht verraten. Und vielleicht klappt das sogar mit DJ Matula. Vielleicht aber auch nicht. Das wird auch nicht verraten. Ach Mensch, Schöpf-Kinder. Kann ja wohl nicht wahr sein hier, du. Dreckschwein. Ich bin ja mal gespannt, was ihr dieses Mal für Wetten für mich habt, ja? Ja, seht ihr denn nicht, wie ich leide? Nein, nein. Ich bin der Jass und ich mache jetzt einen schönen Schubblatt für euch, ja? Ja, ja. Wenn ihr Wetten für mich habt, schickt mir die Bitte an djjolly at stuttgart-schwarz.de. Ich werde wieder versuchen, diese Wetten im Laufe des Streams einzulösen und zu gewinnen. Also habe ich die Wette jetzt eigentlich gewonnen, oder? Komisch. Es ist gleichzeitig das offizielle Warm-Up. Der offizielle Warm-Up-Stream zum Jahr des Kamels 2024 der WHO. Your style, my choice, 1.4.2021 auf meinem Kanal. Wir sehen uns. 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 dann werden uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Aber wir sehen uns.